Du musst trinken! Im Ballast! Das ist gesund! Stark, was? Ist das nun der Plattensief? Ja, ja, ja! Wir sagen Ballaston! Schönste Ort von Ungarn! Und wie ist das in Hotmail? Hotmail? Hotmail! Hotmail! Geißlich! Ganz miserabliges Nest! Wann kommt er denn endlich? Hab ich extra betelefoniert, dass er heute soll besonders pinkelig kommen. Es wär ja auch ein Wunder, wenn er einmal weniger als eine halbe Stunde Verspätung hebt. Schande! Schande! Was hab ich gesagt? Pinkelig 20 Minuten Verspätung, nicht eine Minute mehr. Etelka, Etelka! Ich frag, der Shopkerd, helfen Leute, der Shopkerd dort. Du bist ein Erbzwitscher! Du bist ein ECK-E-BZer. Du bist ein ECK-E-BZer! Du bist ein ECK-E-BZer. Herzlich willkommen! Mein Lieber!